Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns wieder den Bitcoin Preis anschauen und wie es bei mir bei meiner 100x Position ausschaut. Ich habe diese vor einiger Zeit jetzt verändert beziehungsweise eine Long Hedge Position daraus gemacht. Rückblick betrachtet, hätte ich das früher machen sollen. Allerdings haben wir das ganze ganz gut rettet und ja, der Wert kann sich auf alle Fälle zählen lassen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den Markt an. Wir haben ja einen weiteren Pump gesehen. Wir haben auch das Alltime High gebrochen. Das jetzige Alltime High ist 70.055. Ich habe natürlich immer darauf an, auf welcher Börse man hier reinschaut. Wir gehen einmal direkt rein und was haben wir gesehen? Wir haben hier, gehen wir mal ganz kurz zurück in die Annahme. Also das, was ich mir gedacht habe, speziell in diesem Fall. Und jetzt wird es draußen viele Chartanalysten finden, die sich mit diesem hier nicht wirklich anfremden können. Also mit diesem parabolischen Move. Für mich persönlich war ja eigentlich hier schon Schluss. Das war, wenn man das ganze Zeit mit Fibonacci einmal aufzieht, dann sehen wir, okay, wir haben hier den Golden Pocket. Was wir hier gesehen haben, ist folgendes. Wir sind vom Golden Pocket rejected worden. Okay? Ist auch der Launch von dem Spot ETF gewesen. Wir haben ein Sell the News Event gehabt und wir sind hier runtergedumpt bis auf, ja, mit so gut 21% oder was runtergedumpt. Das war schon mal ordentlich. In diesem Fall wäre, wir sind ja bei 46.600 ausgestiegen, wäre gut gewesen, wieder einzusteigen und sich dann eben Long Hedge auszurichten. Das habe ich nicht gemacht und, ja, ich habe die Zeche dafür gezahlt. Ich habe hier, wo ich ausgestiegen bin, wir haben ja diesen, den 100x Trade sozusagen mit 2x hier unten aufgebaut, haben ihn hier oben hochgeridet und sind von 0,5 Bitcoin auf 0,8 Bitcoin. Also hier, wenn wir hier ausgecashed hätten in Assets, beziehungsweise in Bitcoin, hätten wir 0,8 gehabt. Gut, haben wir nicht gemacht. Wir haben in Dollar, sind in Dollar gegangen, 37.000 Dollar haben wir gehabt und wir wollten bei genau 37, wollten wir einsteigen. Also wir wollten genau 1 Bitcoin haben. So, wir sind nicht so weit runtergegangen und der Markt ist dann wieder nach oben progressed. Okay? Wir haben sogar hier den Golden Pocket da rausgenommen. So, ab diesem Zeitpunkt, 50.000 roundabout, wo wir auch noch den Golden Pocket bestätigt haben, wenn man hier mal ein bisschen mehr reinschaut, okay, hier in diesem Fall, wo wir diese Seitwärtsphase gehabt haben, habe ich gesagt, okay, ich ändere meine Strategie. Vor allem habe ich auch einen Short eingegangen, der, was mir ein bisschen um die Ohren geflogen ist, sagen wir mal so. Das heißt, ich bin wieder von potenziellen 0,8 Bitcoin, was mir dieser Long Trade gebracht hat, wieder, und jetzt hält er sich fest, auf 0,58. Das heißt, der tendenzielle Profit ist sehr zusammengeschrumpft. So, das heißt, ich habe ein bisschen was, eine Positionierung wählen müssen, die was mir in Bade richten protected, das heißt, dass ich eine Long Position eingehe, das heißt, gehebelt lang, und zwar ordentlich, mit Schmarkes, und eine Protection nach unten. Das heißt, falls das hier irgendwann einmal in einem Sell-Off endet, dass ich protected bin, dass ich rausgekauft werde. Und das macht man mit Curve, okay? Ich habe eine Position hier eröffnet, habe diese verbleibenden 0,58, die, was ich gehabt habe, hier reingeballert, habe diese 4x gehebelt. Das heißt, ich bin dann irgendwo bei 2, irgendwas Bitcoin rausgekommen und habe natürlich auch jede Menge Schulden gehabt. So, was habe ich gemacht? Jedes Mal, wenn wir hier den nächsten Pump gesehen haben, habe ich mich wieder drunter unter einer Range positioniert und habe diese Position größer gemacht, immer größer und größer gemacht. Bis wir jetzt hier am obersten Punkt gewesen sind, beziehungsweise auch Pi-Cycle-High, das erste Top, und das All-Time-High, wo wir uns hier dazwischen positioniert haben. So, hier ist es die Position, ist jetzt hier öfter mal auch liquidiert und deliquidiert worden, also Soft-Liquidation nennt man das bei Curve, und steht jetzt im Moment bei diesem Preis. So, wo stehen wir jetzt im Moment? Wir stehen mit dem Portfolio im Moment bei ca. 60.500. Wir waren schon bei 80.000 durch den krassen Hebel von dieser Area bis zu dieser Area, okay? Das heißt, wir waren schon bei einem 8x, das war es mir eigentlich schon fast sozusagen, diese 10x, die man sich in einem Zyklus erreichen will, fast schon gegeben hat, ne? Trotz des kleinen Schluckkaufs des Short-Trades, ne? Das heißt, in diesem Fall, 60.500, könnten wir hier in dieser Preis-Range jetzt das Ganze umtauschen und kriegen mehr als diese 0,8, sogar 0,9 roundabout, wenn wir das Ganze jetzt hier umtauschen würden. Mache ich allerdings nicht. Warum? Hier seht ihr die Position. Die Position ist jetzt 3,68 Bitcoin groß und ich freue, dass ich diese noch wesentlich größer mache, okay? Das heißt, in diesem Fall wird immer auf die Absicherung geachtet, okay? Wir, ja, wir teachen das schon seit, ja, seit dem's Curve eigentlich gibt, seit dem's Curve, den Curve USD gibt, wie wir diese Positionen aufbauen, hoch leveragen, immer größer machen und aber gegen potenzielle Crashers absichern. Lernen Sie das alles bei uns in der Membership, ne? In diesem Fall haben wir eine Position von 0,58 auf, wenn wir jetzt halt aussteigen würden, ungefähr 0,9 roundabout gebracht. Diese durch diesen hohen Hebel, ne, wenn der Preis sich absetzt, irgendwann den Preis hinter sich lassen wird und wir mehr als wir an Bitcoin kriegen würden, okay? Selbst wenn diese Position, wenn ich diese Position jetzt einfach laufen lassen würde, okay? Nur mal ein reines Rechenbeispiel, das heißt, diese würde sich jetzt absetzen und die würde an der ganzen Position nichts mehr ändern, was ich nicht mache. Ich wäre auf alle Falle, wenn diese Position nicht größer machen. Allerdings dann ein bisschen mit Vorsicht, sobald wir uns dann von dieser Phase hier absetzen würden, gell, nach unten sind wir sowieso protected, gell, dann würde ich sagen, okay, wir sind jetzt hier bei 3,68, 4,95, wenn wir sagen, wir gehen auf 150.000, bei mir gibt's keine Price Predictions, gell, bei mir gibt's Punkte, zum Beispiel den Pricycle High, wenn wir dann aussteigen, gell, dann wären wir hier bei ungefähr, ein bisschen mehr wie eine halbe Million, minus natürlich die Zinsen, was wir hier zahlen müssen, gell, und hier wären wir wahrscheinlich dann, wenn die Zinsen so bleiben, beziehungsweise, ja, werden wir sicher ungefähr 200, sagen wir 210 oder was zahlen, gell, bis das top erreicht ist, gell, dann sind wir hier bei 342.000, gell, dividiert durch diese 10.000, was wir am Anfang eingesetzt haben, dann sind wir bei 34x, nur mit Bitcoin und mit Tifa-Protokollen, okay, und das wäre dann schon mal eine gute Ausgangslage für den nächsten Zyklus, beziehungsweise für den Short, gell, wenn wir den Short einigermaßen aggressiv spielen, gell, dann könnten wir, allein wenn wir jetzt nichts mehr verändern würden, beinahe eine Million auszukommen, gell, beim, äh, beim Pricycle Low dann wieder, so, ja, kommt natürlich immer darauf an, und es ist nur vorausgesetzt, dass sich die Zyklen weiterhin so ausspülen, wie sie es tun, und im Moment sehen wir ja durch den extremen Moneyflow durch die ETFs, dass sich einiges ändern könnte, das heißt, wir müssen auch unseren Approach und die Zuverlässigkeit der Daten in der Zukunft vielleicht ein klein wenig hinterfragen, oder mehr Indikatoren heranziehen, um eventuell herauszufinden, wo dann irgendwann Schluss sein sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt halt parabolisch bis ins, ja, bis zu der Moon pumpen und nie wieder an den Ohr kommen, denn ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Preis, werden sich auch, macht der Lehmer, dazu entscheiden, Profite zu nehmen, und das ist in jedem Markt so, und das wird wahrscheinlich auch bei Bitcoin sicherlich auch der Fall sein, okay. So, in diesem Fall, mein Ziel mit dieser Position, wir haben jetzt schon Roundabout 6x gemacht vom Boden, das heißt, schon mal Bitcoin sehr stark ausgeformt, ja, sogar einen kleinen Schluckkauf durch den Short drinnen gehabt, hat das nichts gemacht, natürlich wäre das Potenzial noch viel, viel krasser gewesen, wenn wir jetzt einfach nach diesem kleinen Drop hier eingestiegen werden und hier die Position vergrößert hätten, nicht erst hier, die Position wäre dann wahrscheinlich schon 6, 7 Bitcoin groß, ja, richtig krass. So, in diesem Fall, Schlachtplan, wie folgt, die Position dabei so lassen, nach unten ist sie protected, nach oben wird sie größer gemacht, bis zu einem gewissen Level, genau. Aber in gewissen Zeitpunkt wird die Position immer angetatscht, ne, tendenziell, wenn wir hier jetzt halt rauspumpen sollten, dann warte ich auf die erste größere Korrektur und ein Fangen des Preises, gell, nach oben. So, in diesem Fall werde ich dann die Position hier nochmal größer machen. Und dann war es das tendenziell wie die 100x Position, dann lasse ich sie einfach durchriden bis zum Pricycle High oder je nachdem, wann wir dann halbwegs das Top dann erreicht sein, wenn man dann auch richtig, richtig rational bleibt, gell. Wichtig ist natürlich, gell, wir befinden uns nach wie vor dem Halving, gell, gell, hier, gell, das heißt, ein parabolischer Move jetzt hat, wäre ja auf alle Fälle so, dass wir wahrscheinlich das Top nicht erst 2025 sehen, sondern irgendwann 2024, das heißt, mit relativ wenig Zeit, in Anführungszeichen, sobald wir hier durch sein, speziell bei der Moving Average. Das ist jetzt das Letzte, was uns jetzt noch zurückhaltet. Wie man hier sehen kann, wir haben hier jetzt hier einmal das Altarm High gebrochen, hier das zweite Mal das Altarm High gebrochen, gell, hier sind wir fast nur mal drüber gekommen, sind allerdings vom alten Altarm High rejected worden, und jetzt befinden wir uns wieder unterhalb des Weißmoving Averages, okay. Dieser hier, der muss durch, äh, durcherbrochen werden, speziell auf dem Wochenchart, okay. Auf dem Wochenchart müssen wir den draußen schließen, damit ich persönlich akzeptiere, dass es jetzt, wenn man nur nach oben geht, beziehungsweise, ähm, ja, dass es jetzt, äh, dass es jetzt der Bullrun startet, gell. Wenn wir das nicht schaffen, draußen zu closen, ähm, solange wir das nicht schaffen, äh, müssen wir auch davon ausgehen, also können wir auch davon ausgehen, dass wir eventuell sogar Downside kriegen könnten, gell. Ich muss zugeben, äh, im Moment schaut es eher danach aus, dass wir wirklich den Bullrun starten, deswegen habe ich mich auch so positioniert, wie ich mich positioniert habe. Nichtsdestotrotz, ähm, wäre auch Downside für mich absolut kein Stress. Genau. Jetzt wird es, was ich mit meiner 100x Position gemacht habe. Wie gesagt, es ist sehr gut gelaufen, gell, gell. Ich habe die ganze immer wieder schön nachgezogen, immer schön größer gemacht, immer auf die Sicherheit aufpasst, ähm, und jetzt halt hängen wir da oben und jetzt halt müssen wir schauen, wie sich der Markt entscheidet, gell. Äh, äh, und das passt. Für mich persönlich ein geschmeidiges 6x-Hinklick in sozusagen dem Zyklus vom Boden bis zum, ähm, alten, ähm, alten Alltime High. Alles super. Und jetzt kann die Reise gerne losgehen. Genau. Falls ihr es nicht macht, umso besser, kann man die Position noch viel, viel größer machen, gell. Wer euch interessiert, wie wir mit Curve agieren und wie wir diese extrem gelevergeden Positionen aufbauen, sei es jederzeit gerne in der Membership willkommen, und dass ihr euch das Ganze mal anschauen könnt. An dieser Stelle wünsche ich euch jeden einen wunderschönen Tag, und wenn ihr euch das Video folgt, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst über den Schönen und zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, wieder. Bis zum nächsten Video, wieder.